Luxuriöse Produkte in der Drogerie, Produkte, die einfach performen wie High-End-Produkte, Produkte, die vom Packaging her, vom Feeling her High-End-Vibes geben und vielleicht sogar in Sephora oder Douglas stehen könnten. Darüber wollte ich heute sprechen. Alle Produkte sind entweder bei Müller, Rossmann oder DM im Store oder online erhältlich und ich habe so einen kleinen Mix aus Lifestyle- und Beauty-Produkten. Und apropos Luxus, ich bin super happy und auch stolz, dass der nächste Teil des Videos in Partnerschaft mit LilySilk ist. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon von LilySilk gehört haben. Ihr könnt dort wunderschöne Kleidung, Bettwäsche und Accessoires aus 100% hochwertiger Maulbeerseide bekommen. Und ich bin tatsächlich letztes Jahr auf LilySilk aufmerksam geworden, weil mir ist aufgefallen, also ich liege immer auf dem Bauch und dann so auf der Seite, dass einfach auf dem Gesicht besonders an den Augen meine Falten viel, viel stärker waren als auf der anderen Seite. Und dann habe ich von den Vorteilen von hochwertiger Seide für die Haut gehört, habe mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe mir dann zu Weihnachten von meiner Mama einen Seidenkistenbezug gewünscht und auch bekommen und bin seitdem sehr, sehr großer Fan. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als LilySilk mich kontaktiert hatte für diese Partnerschaft, weil es ist natürlich immer die perfekte Ausgangslage, wenn man sowieso schon Fan von einem Produkt vorher war und es immer benutzt hat. Was für mich jetzt neu war, ist, ich habe jetzt einen kleinen Blick auch in die wunderschöne Kleidung von LilySilk bekommen können. Erstmal, was ganz, ganz wichtig zu wissen ist, Seide ist nicht gleich Seide. LilySilk benutzt 100% hochwertige Maulbeerseide. Das ist eine der hochwertigsten Seidenstoffe auf der Welt. Der Maulbeerspinner, der spinnt wirklich die festesten und feinsten Fasern. Und die Maulbeerseide hat nicht umsonst den Ruf, die Königin der Fasern zu sein. Das fand ich ein ganz interessanter, cooler Side-Fact. Sie hat nämlich super, super viele Vorteile für den Körper. Zum einen 18 Aminosäuren, die sich natürlich positiv auf den menschlichen Körper auswirken. Sie ist pypoallergen, atmungsaktiv, frei von Milben, Pestiziden und Pilzen. Und sie bietet einfach immer die perfekte Ausgangslage, egal bei welchem Wetter. Also im Sommer ist Seide unwahrscheinlich angenehm, weil sie einen sehr schönen kühlenden Effekt und leichten Effekt auf der Haut hat. Und im Herbst-Winter wirkt die Temperatur ausgleichend. Und Seide ist die unserer Haut am nächsten liegende Faser. Und deswegen empfinden wir die halt einfach auch als so angenehm. Fand ich auch ganz interessant. Ein anderer Vorteil, den Seide im Gegensatz zu anderen günstigeren Polyestermaterialien bietet, ist, dass man keine statische Elektrizität hat. Und gerade als jemand, der längere Haare hat, empfinde ich das als sehr, sehr angenehm. So, und ich durfte mir zwei Seidenkissenbezüge und Kleidung aussuchen, sowie ein paar Accessoires. Und ich habe ja schon, wie gesagt, einen Seidenkissenbezug. Das ist so ein Gold-Beige. Und jetzt habe ich mir noch zwei weiße Seidenkissenbezüge ausgesucht, weil ich finde, das sieht immer so, ja, fein und frisch aus. Ich hatte mir vor Jahren mal aus einem günstigen Satinstoff Bettwäsche bestellt, weil ich einfach den Look mochte und es war so unangenehm auf der Haut. Ich konnte darauf nicht schlafen. Ich musste die wegtun, die Bettwäsche. Und das war deswegen jetzt wirklich ein komplett anderes Gefühl. Also ich hatte erst ein bisschen Sorge, ob das jetzt wieder ähnlich sein würde, aber da merkt man einfach wirklich diesen qualitativen Unterschied. Aber davon abgesehen, dass die Mauerbeerseide wunderschön weich, sanft und angenehm ist zur Haut, hat sie halt, wie gesagt, auch sehr viele Schönheitsvorteile. Sie wirkt der Hautalterung entgegen. Sie absorbiert auch nicht so schnell Gesichtspflege, die man sich vielleicht für die Nacht aufgegeben hat, im Gegensatz jetzt zu Baumwolle oder so. Wie ich euch eben schon erzählt habe, war ich zu Anfang hauptsächlich an diesen Schönheitsvorteilen von Seidenbettwäsche für die Haut interessiert. Und Forschungen haben tatsächlich ergeben, dass das Schlafen auf Seidenbettwäsche die Bildung von Linien und Falten wirklich entweder vorbeugen oder sogar verringern kann. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich will euch jetzt auch gar nicht zu sehr mit wissenschaftlichen Details langweilen, aber ich finde, es ist interessant zu wissen, warum das so ist. Weil man hört das zwar immer, aber warum hört man jetzt nicht so oft. Das liegt daran, dass das in der Seide vorhandene Zellalbumin den Stoffwechsel der Haut anregt. Und das sorgt halt dann dafür, dass die Haut einfach mehr mit Feuchtigkeit versorgt wird, praller ist und das wiederum wirkt dann natürlich der Bildung von feinen Linien und Fällchen entgegen. Die Qualität von Seidenstoff wird in der Einheit Momme gemessen. Je höher dieser Wert ist, desto langlebiger ist auch der Stoff. Und die meisten Hersteller auf dem Markt verwenden weniger als 19 Momme. Lillysilk stellt aber sicher, dass die meisten Produkte zwischen 19 und sogar 25 Momme liegen. Aber neben diesen ganzen Vorteilen, lasst es mich euch sagen, es ist wunderschön. Es ist wirklich ein Spy-Erlebnis, auf so einem Seidenkissenbezug zu schlafen. Davon abgesehen, sieht es natürlich auch super luxuriös aus. So, neben der Bettwäsche durfte ich mir auch zwei Blusen aussuchen von Lillysilk. Lillysilk hat wunderschöne Kleidung. Klassisch und trotzdem modern, finde ich. Also, ganz, ganz toller Mix. Ich habe mir zum einen hier diese Bluse ausgesucht. Die ist, glaube ich, relativ bekannt. Die hat diese wunderschönen Amalfi-Streifen. Das gibt es erst auch noch als Kleid, auch sehr, sehr schön. Und ich fand einfach, dass diese Bluse die perfekte Bluse ist für alles. Man sieht mit dieser Bluse immer super gut angezogen aus. Sie sieht irgendwie schick aus, aber jetzt nicht zu etipetete oder zu aufgestylt, weil man sie halt auch so schön kombinieren kann. Was ich an der Bluse am beeindruckendsten finde, ist, dass sie wirklich so universell einsetzbar ist. Man kann damit sportlich aussehen, aber trotzdem noch gut angezogen. Oder man kann auch sehr edel, sehr schick aussehen. Ich habe das jetzt hier einmal mit einer weißen Jeans getragen. Ich finde, es sieht nicht super, super sportlich aus durch diese weiße Jeans, aber es geht schon eher in so eine legerere Richtung. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer Blue Jeans tragen. Dann ist es halt noch sportlicher. Oder, womit es halt super, super schick ist, ist es mit einer weißen Tuchhose. Das sieht auch ganz, ganz toll aus. Was halt so toll ist, finde ich, an dieser Art von Kleidungsstücken, dadurch, dass sie so hochwertig sind, also sie sehen hochwertig aus, sie fühlen sich hochwertig an, wertet man einfach das komplette Outfit auf. Also man kann jetzt hier eine 20 Euro Jeans tragen und hat dann dieses Seidenhemd da drüber und schon ändert das das komplette Game. Das finde ich halt an solchen It Pieces, sage ich mal, so toll. Wir fliegen bald in Urlaub und das ist was, was ich eventuell im Urlaub anziehen möchte. Und zwar habe ich so ein luftiges weißes Kleidchen angezogen und habe mir dann die Bluse gebunden. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, wie man die Bluse so ein bisschen lockerer oder so ein bisschen mehr sexy machen kann ist, indem man sie sich einfach bindet. Ich persönlich trage jetzt nicht so super kurze Shorts, aber ich kann mir das auch sehr, sehr gut mit einer Jeanshorts vorstellen. Dann die Bluse so ein bisschen gebunden oder so. Ich glaube, das wird auch richtig süß aussehen. So, und dann dürfte ich mir noch ein anderes Kleidchenstück aussuchen und dann habe ich mich hier für diese wunderschöne Bluse entschieden. Die kann man auch wieder sehr, sehr fein kombinieren. Sie ist auch, finde ich, eher so ein bisschen, geht sie in die feine Richtung. Ich finde, die sieht absolut fabelhaft aus mit einer beigen Tuchhose. Kann man natürlich auch mit einem Rock super kombinieren. Und die sieht ja jetzt auch erstmal sehr schick aus, auch besonders durch die Farbe. Aber ich finde, dass diese raffinierte Raffung an der Seite dem Ganzen so einen kleinen Kick wieder verleiht. Auch jetzt für den Herbst dann einfach mit einer Strumpfhose und ein paar Boots oder so. Kann ich mir auch super gut vorstellen. Also da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie zu kombinieren. Es fühlt sich so schön an auf der Haut. Also es ist mein erstes Seidenoberteil überhaupt. Ich kannte das Gefühl vorher nicht. Nur halt die Bettwäsche hatte ich und es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Es fühlt sich so schön luxuriös an, angenehm so. Man spürt seine Kleidung quasi gar nicht. Dieses Gefühl ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn man irgendwie einen langen Arbeitstag hat, glaube ich. Und last but not least, wollte ich euch noch diese wunderschönen Crunchies zeigen, die ich von Lily Silk geschickt bekommen habe. Die auch wieder natürlich diesen hochwertigen Seidenstoff haben, wodurch die Haare einfach nicht so sehr strapaziert werden, wie durch ein normales Haargummi. So, ich habe bis jetzt nur das hier ausgepackt, weil ich wollte euch das nochmal zeigen, wie süß das hier wirklich verpackt ist. Und was ich auch super angenehm finde, ist, das Gummi ist nicht zu fest. Manchmal sind ja diese Haargummis so fest, dass man das Gefühl hat, man macht sich die Haare schon kaputt, wenn man das Gummi nur drum setzt. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe gerade eben von den Vorteilen der Seidenbettwäsche für die Haut gesprochen, aber sie hat auch wirklich tatsächlich super viele positive Eigenschaften für die Haare. Das liegt einfach daran, dass Seide so super glatt ist und einfach die geringste Reibungskraft hat. Und dadurch werden die Haare auch nicht irgendwie kraus oder brechen zu sehr ab beim Schlafen. Mit dem Cotamina 12 könnt ihr 12% auf eure erste Bestellung erhalten. Schaut gerne auch mal in den Bewertungen vorbei. Also die sprechen wirklich für sich und ich bin mir sicher, ihr seid von LilySilk danach genauso begeistert wie ich und gefühlt der Rest der Welt. Es gäbe ehrlich gesagt noch einige weitere interessante Punkte zum Unternehmen LilySilk. Ich finde sowas immer super interessant, auch ein bisschen was über die Gründer von Unternehmen zu lesen. Die Zero Waste Politik von LilySilk. Oder was ich auch super spannend fand, dass sie eine eigene Technologie, die Lily Aurea, haben patentieren lassen. Aber ja, falls euch das vielleicht genauso wie mich interessiert, könnt ihr da gerne mal auf der Website auch vorbeischauen. Jetzt würde ich sagen, legen wir aber los mit dem Rest des Videos. Luxuriöse Produkte in der Drogerie. Und da habe ich als erstes hier ein Room Spray und zwar ist das von der Marke Janssen. Das ist glaube ich eine holländische Firma und das habe ich bei Müller entdeckt. Wenn ich bei der M oder Rossmann bin, dann suche ich ehrlich gesagt immer nach irgendwelchen Alternativen zu Airwig, Glade und so weiter, die jetzt nicht ganz so teuer sind wie Rituals natürlich, aber vielleicht so ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Und hiermit bin ich auf jeden Fall fündig geworden. Das ist der Duft Skin 90. Der hat White Lily und Cherry Blossom Perfume drin. Und der erinnert mich super, super stark an diesen weißen Duft von Rituals. Riecht fast genauso, würde ich fast sagen. Und es hält auch wirklich richtig, richtig lange. Ich habe das letztens auch im Hausflur gesprüht und am nächsten Tag hat es immer noch danach geduftet. Die Marke hat Autoparfums, Kerzen. Habe ich momentan auch an dem Bagezimmer stehen. Ich hatte jetzt so drei Hauptduftrichtungen aus diesem Basic Sortiment gefunden. Und mir hat jetzt persönlich der Duft Skin 90 und Sun am besten gefallen. Und ich finde auch, dass die Flasche ganz cool gestaltet ist. Man könnte da vielleicht noch ein bisschen dran fallen, auch am Design von den Kerzen. Es ist nicht schlecht, aber vielleicht könnte man da noch so ein bisschen mehr Liebe reinstecken. Dann könnte man das, glaube ich, mit wenig Aufwand noch ein bisschen luxuriöser gestalten. Ich finde, es ist vom Design und vom Duft her um Klassen besser als Airwig, Glade und wie sie nicht alle heißen. Es ist ein Ticken teurer, aber es ist jetzt noch lange nicht so teuer wie die Rituals Duftsprays, die natürlich auch noch mal ein bisschen schöner sind, aber das zahlt man halt auch. Und ja, ich bin super happy, dass ich das gefunden habe und werde da, denke ich, auch noch andere Produkte von ausprobieren. Die haben auch noch Body Sprays, habe ich gesehen. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Wir bleiben mal gerade in der Duftrichtung. Und zwar habe ich zwei Parfums gefunden beim DM, die für mich so ein bisschen rausgestochen haben und nicht so wie diese typischen, absolut günstig aussehenden DM Parfums waren. Besonders die, die jetzt irgendwie, ja, so dupes, so high-end Parfums sein sollen, wie dieses Rote von River Tea oder wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die finde ich wirklich ganz schlimm. Ich habe hier zum einen hier, das ist ein neueres Parfum, das heißt Innocent und das ist von der Marke Girl Happens. Das ist ein Eau de Parfum, ist in Frankreich hergestellt worden und die Inhaberin hat irgendwie gesagt, sie hat so in der Drogerie nichts Richtiges gefunden und deswegen hat sie sich gedacht, machen wir es einfach selbst. Stand auf der Rückseite von der Verpackung so ein kleiner Text, das fand ich ganz nett. Und ich habe beide Duftrichtungen mitgenommen, aber das hier gefällt mir um einiges besser. Es riecht richtig, richtig gut und teuer und es ist absolut inspiriert von dem Chloé Parfum mit der Schleife. Es ist kein Dupe, aber man merkt, dass es von der Duftrichtung her sehr inspiriert wurde durch dieses Parfum und es riecht überhaupt nicht günstig, sehr, sehr frisch, leicht süßlich trotzdem, aber auch nicht zu süß, sehr feminin und gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde den Flacon wirklich auch ganz cool, ist auf jeden Fall mal was anderes für die Drogerie, ist sehr modern, hat mich so ein bisschen an die Clean Reserve Düfte erinnert, die haben ja auch diesen Holzdeckel. Ein weiterer Duft, der mir aufgefallen ist, sind hier diese Nature Blossom Düfte. Das sind 100% Natural Ingredients. Manche waren mir jetzt zu extrem, da war zum Beispiel eins, das war quasi purer Ember. Ich mag Ember normalerweise gerne in Parfums, aber das war jetzt zu viel. Hier, das ist jetzt Coco Vanilla. Das ist interessant. Also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie zum Layern mit anderen Parfums. Ich finde, es riecht überhaupt nicht günstig. Es ist am Anfang sehr, sehr intensiv und muss es so ein bisschen verfliegen lassen. Der Kokos kommt stark raus. Es wäre jetzt auch auf jeden Fall etwas, was ich nur im Sommer tragen würde. Das wäre für mich jetzt kein Herbst-Winter-Parfum, aber von der Idee her gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich mag den Duft und ich muss sagen, ich fand den Flacon richtig schick. Als nächstes habe ich was in der Haarkategorie und zwar eigentlich eine komplette Marke und zwar die Marke Kristen S. Insbesondere drei Produkte, die ich sehr, sehr, sehr mag von der Marke. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber sehr vieles, was jetzt zumindest im DM verfügbar ist. Zum einen hier das Kristen S. Extra Gentle Shampoo. Das ist ein Gently Cleansing und Nourishing Shampoo, was einen tollen reinigenden Effekt hat. Erst einmal die Verpackung finde ich absolut high-end. Das könnte ohne weiteres auch in einem Friseurbedarf stehen oder in einem Douglas oder einem Sephora. Auch hier mit der Verpackung, das ist irgendwie ganz cool, dass man das hier oben so aufklippt. Der Geruch ist leicht fruchtig und leicht vanillemäßig. Man kann es so ein bisschen schlecht beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein sehr sanfter Geruch. Hier steht extra drauf, dass es besonders gut für Leute geeignet ist mit einer sensiblen Kopfhaut, weil es halt auch nicht stark parfümiert ist. Und es hat wirklich trotz der guten reinigenden Wirkung auch noch einige pflegende Inhaltsstoffe fürs Haar. Weil das ist ja oft so ein bisschen das Problem. Man will einerseits ein gut reinigendes Shampoo haben, besonders wenn man vielleicht auch eher mit feineren Haaren oder schnell fettigen Haaren zu tun hat, dann ist es auch nicht gut, wenn da zu viele pflegende Inhaltsstoffe sind, weil es die Haare einfach zu sehr beschwert. Aber Shampoos, die zu viele reinigende Inhaltsstoffe drin haben und zu wenig Pflege, können dann halt auch Irritationen hervorrufen. Und deswegen finde ich, dass das hier eine super gute Mittelwegs-Alternative ist. Das Wort gibt es nicht. Es ist ein super guter Mittelweg. Und ich habe es schon oft erwähnt, aber das Kristen Ess Dry Finish Working Texture Spray und das Dry Shampoo. Texture Spray habe ich letztens nicht mehr in meinem DM gesehen. Ich hoffe nicht, dass das rausgenommen wird. Das wäre eine Katastrophe. Aber beides super gute Produkte. Die Verpackung erinnert sehr an das Living Proof Dry Shampoo. Und ich finde dadurch, dass es irgendwie so minimalistisch alles gehalten ist und nicht so bunt und so weiter, wirkt es halt einfach direkt viel, viel hochwertiger. Aber es wirkt nicht nur hochwertig, sondern ich finde es auch von der Performance her richtig, richtig gut. Und kann auf jeden Fall mit High-End Haarprodukten meiner Meinung nach mithalten. Als nächstes haben wir hier eine neuere Entdeckung von mir und zwar ist es hier von Bondi Essence, der Body Moisturizer. Ich habe euch ja schon öfter erzählt von dem Duschgel, was ich absolut liebe und auch das Peeling-Salz. Aber ich habe letztens, als ich in Müller bei mir gedacht, komm, du nimmst dir mal hier diesen Body Moisturizer mit. Und ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie erwartet, dass es eher so eine leichte, geligere Creme ist. Aber es ist eine richtig reichhaltige Milch, die aber trotzdem relativ halt dünn ist in der Textur, also wirklich milchig. Schön einzieht, aber man spürt richtig sofort, dass sie einen richtig guten Pflegeeffekt gibt. Und sie lässt einen richtig schönen Glanz auf der Haut, der wirklich auch noch so ein bisschen nachhält. Absolut luxuriöses Gefühl, sich damit einzucremen. Die hat diesen schönen Salty-Kokos-Geruch, wie beispielsweise auch das Duschgel und das Peeling-Salz. Man muss natürlich Kokos dafür mögen. Ich persönlich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Dieser Body Moisturizer ist angerechnet mit Vitamin E und Jojoba. So, meine liebste Hautpflegeserie, die es wirklich in der Drogerie gibt, ist die Marke No Makeup. Ich finde, die haben das wirklich revolutioniert, was es bisher bei uns in Deutschland in der Drogerie gab. Von allen Hautpflegemarken, die es jetzt in Deutschland in der Drogerie gibt, finde ich, dass die das wirklich am allerallerbesten machen. Das Ganze ist transparent, das Ganze ist auf Qualität ausgelegt. Ich habe einige Sachen schon aus der Serie probiert und bis jetzt bin ich wirklich von jedem einzelnen Produkt begeistert gewesen. Was mir aber jetzt so vom Packaging her am luxuriösesten vorkam und natürlich auch, was die Performance angeht, ist hier das 24K Gold-Infused Beauty Oil. Das ist ein pflegendes Gesichtsöl mit 45% Wildrosen, 43% Aprikosenöl und es hat beruhigende Kalendula drin. Und gerade wenn ich schon mal mit dem Eczema auf der Stirn zu tun habe und ich das abends aufgebe, sehe ich wirklich am nächsten Tag da auch schon eine Verbesserung. So, ich finde, die Verpackung kann ohne weiteres in einer günstigeren Abteilung von Sephora stehen. Jetzt habe ich als nächstes noch zwei Make-Up-Related-Produkte und zwar ist es hier zum einen von Revolution, der Glass Skin Primer. Das ist wirklich so ein ganz, ganz besonderer Primer. Den würde ich persönlich jetzt auch nicht aufs ganze Gesicht aufgeben, weil er sehr, sehr dewy ist. Ich habe dazu aber auch gar keine andere Drogerie-Alternative. Wisst ihr, ist aus dem Kopf auch nichts High-End-mäßiges. Er lässt einfach so einen richtig schönen dewy-Shine durch. Ich schaue mal, dass ich den wirklich jetzt nicht so hier platziere, sondern hier eher so im äußeren Bereich. Ich benutze ihn meistens auch wirklich nur für Tage, wo ich jetzt nicht unbedingt zwölf Stunden lang das Make-Up drauf haben muss, weil ich halt ja in der T-Zone schon so ein bisschen öliger werde. Ich denke, wenn man trockene Haut hat, dann wird man damit gar kein Problem haben. Wenn man super, super ölig ist, so im fast ganzen Gesicht, würde ich den, glaube ich, nicht empfehlen. Ich finde zum einen, diese Glasverpackung sieht sehr, sehr luxuriös aus. Und wie gesagt, auch von der Formulierung her gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich benutze dann einfach nur eine leichte getönte Creme manchmal. Den hier drunter, bisschen Concealer, Cream Blush, das war's. Ölig und das ist von der Textur her so ein Hybrid zwischen einem Gel und einem Öl. Also, ganz interessant. Super reichhaltig fühlt es sich einfach an. Also, schaut mal, wie dewy meine Hand jetzt ist. Und das bleibt halt wirklich so ein bisschen so. Also, das dauert einiges, bis das wirklich eingezogen ist. Und dadurch hat man halt diesen Glass Skin Look. Ein weiteres Produkt, was für mich absolut high-end schreit, ist hier der Patrice Under Eye Brightener Instant Awake. Ich wundere mich, warum man da irgendwie online nicht noch mehr zuhört. Also, ich habe den jetzt letztens erst bekommen können, weil der tatsächlich in meinem DM auch an und ausverkauft ist. Aber online höre ich gar nicht so viel darüber. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz perfekte Formulierung zwischen einem Eye Brightener und einem Color Corrector. Er ist nicht zu stark Color Correcting-mäßig, aber schon so ein bisschen. Es ist eine absolut dünne, cremige Textur, die eine sehr schöne Leuchtkraft gibt unter dem Auge. Und das heißt, wenn man danach so ein bisschen mit Concealer drüber geht, dann strahlt das einfach schön durch. Viele haben ja versucht, diesen Becca Under Eye Primer zu dupen. Und ich finde, dass Catrice es auf jeden Fall am allerbesten gelungen ist. Wirklich diese Leuchtkraft wiederzugeben und diese dünne, cremige Textur. Aber das hat, finde ich, ansonsten keiner so richtig geschafft. Auch das Glaspöttchen hier jetzt, finde ich, sieht immer ziemlich hochwertig aus. Gut, jetzt hier der Sticker. Da sieht man dann halt, dass es Drogerie ist. Aber wenn man das irgendwie so stehen sieht, dann sieht das nicht günstig aus. So, und dann möchte ich als letztes hier noch den Make-Up Balm von L'Oreal Age Perfect highlighten. Auch hier haben wir wieder eine schöne Glasverpackung. Da wieder der Drogerie-Sticker, aber ansonsten, ich finde, wie gesagt, eine Glasverpackung lässt immer alles sehr luxuriös aussehen. Genauso wie wir es hier bei dem Primer hatten. Das ist wirklich eine so elegante, besondere Formulierung. Ich hatte letztes Jahr davon schon geschwärmt. Der ist ja letztes Jahr rausgekommen. Das ist quasi, ja, es ist eine Art Balm. Es ist jetzt kein Mousse wie das Maybelline Mousse oder so. Es gibt so einen leicht kühlenden Effekt, wenn man es auf die Haut aufgibt. Und dann schmilzt es wirklich in die Haut ein. Das heißt, es gibt einen absolut super natürlichen Effekt auf der Haut. Und ist einfach das perfekte No-Make-Up-Make-Up, finde ich, aus der Drogerie. Es ist feuchtigkeitsgebend, es ist aber nicht zu greasy oder so. Man kann es mit Puder setten, um die Haltbarkeit zu verlängern. Aber, ja, das Tollste ist fast dieses kühlen Feeling, was man bekommt, wenn man das auf die Haut aufgibt. Das Einzige, was absolut schlecht ist, ist das Color Range. Das ist so ein bisschen schade. Das wäre toll, wenn die das vielleicht noch ein bisschen ausweiten könnten. Weil ich finde, dass es ansonsten wirklich ein Produkt ist, was richtig raussticht aus der Drogerie. Noch ein Produkt von La Roche Posay. Ich liebe die Marke. Ich liebe die Augencreme auch von denen. Aber ich wollte ganz besonders hier diesen Creamy Milky Cleanser highlighten, weil der ist von der Konsistenz her und vom Gefühl her sowas von high-end. Also das ist der schönste Milky Cleanser, den ich je ausgetestet habe. Das ist mittlerweile meine zweite Packung. Die ist jetzt auch fast leer. Die wird es auf jeden Fall in meinem nächstes Empties-Video schaffen. Und den benutze ich immer morgens. Ich gebe mir den aufs Gesicht und danach spüle ich den ab mit Wasser. Man kann den aber auch so einfach mit einem Wattepad aufgeben. Man muss den also jetzt nicht mit Wasser abspülen. Aber der hat so ein schönes, plaschimilky-Feeling auf der Haut überhaupt nicht austrocknet. Also gerade wenn man irgendwie mit sehr sensibler oder trockener Haut zu tun hat, dann ist der perfekt. Der ist für mich jetzt von der Reinigung her zu wenig. Wenn ich jetzt irgendwie ganz starkes Make-up drauf hatte und ich irgendwie sicherstellen will, dass wirklich alles weg ist, dann ist er mir ein bisschen zu leicht. Aber er ist für mich irgendwie perfekt für morgens. Oder wenn ich halt jetzt eh nicht viel Make-up drauf hatte und das erstmal schon runtergenommen habe und danach einfach nochmal hier mit drüber gehe. Ich habe noch einen Lippenstift von Milani. Den habe ich heute auch drauf. Ich finde zum einen das Packaging wunderschön. Ich meine, wie schön kann ein Drogerie-Lippenstift-Packaging bitte sein? Und dann, was mich aber vollends überzeugt hat, war nicht das Packaging, sondern wirklich die Formulierung. Es ist eine, wie ihr seht, matte Formulierung, aber sie ist absolut nicht austrocknend und sie ist super, super dünn. Ich kriege hier keinen komischen Kranz am Ende des Tages oder so. Ich finde die Farbauswahl super toll. Gerade jetzt der Ton ist für mich liebig. Ich kombiniere das mal mit einem etwas dunkleren Lip-Liner. Mir gefällt er von der Formulierung her tatsächlich noch etwas besser als die von L'Oreal. Obwohl die auch schon eigentlich es fast ins Video geschafft hätten. Ich habe auch darüber nachgedacht, den mit reinzunehmen. Oder die matten Lipsticks von ELF, die so ein bisschen wie die NARS Lipsticks aussehen. Auch super luxuriöse Magnetverpackung und tolle Formulierung. Aber die waren jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen dünner und haben es deswegen geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht ein paar Anregungen gegeben. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an unseren heutigen Sponsor LilySilk. Schaut auf jeden Fall mal bei LilySilk vorbei. Ihr werdet es nicht freuen. Und ja, hier ist nochmal der Code Hamina12 für 12% auf eure Bestellung. Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen wunderbar schönen Tag habt. Und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Habt euch lieb. Vielen Dank.